In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Servierwagen aufbauen können. Befestigen Sie zuerst die Ablageflächen an den Seitenteilen mit den mitgelieferten Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020 Drehen Sie dann das Gerät um und stecken Sie dann zuerst die Ablagefläche. Stecken Sie dann die Räder in die Beine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020